Ja? Ja. Dann hast du gewonnen. Dann habe ich gewonnen? Ja, beim Sonnenuntergang. Ja. Ja. Beim Sonnenuntergang. Und bei den anderen Feldern, was muss ich da machen? Du musst da einfach nur drüber gehen. Einfach nur drüber gehen? Ja. Nein, mit Würfel. Ach, mit Würfel drüber gehen? Ja. Achso. Du musst dann würfeln und dann drüber gehen mit deinem Menschen. Achso. Na, dann weiß ich ja jetzt Bescheid. Wenn du hier auf dem Jungen bist, ne? Wo? Da. Ja? Äh, da, ne? Wo? Ach, da. Wenn der Junge abstürzt, dann musst du nochmal. Dann muss ich nochmal? Zurück. Zurück. Ach, zurück muss ich dann nochmal. Du spielst jetzt zurück, ja. Achso. Na ja, gut. Und wenn du hier drauf bist, auf dem Feld, ne? Ja. Dann musst du auch gleich zurück. Da muss ich zurück? Ja. Und auf dem Ball. Na ja, gut. Dann gucken wir mal, ob das funktioniert. Ich fang an. Gut. Sechs hab ich. Okay. Eins, zwei, drei. Hier, dann sag nochmal Tschüss, winke, winke. Sechs. Tschüss, winke, winke. Hahaha. Uhh ... Wie Marco. Musik 歌